So, das ist die zukünftige Methan, super sehr gut. Das is how you know can see, ne? Ja, this is how you know can see. Ich bin auch kein Herrn und er hat heute sogar seine Flugzeuge gemacht. Die neuen Herrchen und drei sind da war, ne? Ja, Peter und Daniel gleich gezeigt, dass das gehen kann. Dann erst die Flugzeuge, dann wird er hier. Was ist die See? Ja, ich hab die Kopf. Ja, ich hab die Kopf, ne? Ich hab die Kopf, ne? Das ist dann nicht insana, ne? Das ist dann. So, ein Hübscher ist da. So, ein Schicker. Ja, ich schick es Hübscher. Schick es Hübscher. Ja, ich hab's einmal von allen beiden so. Ein kleiner Anseld. Ne? Hä? Willst du einen kleiner Anseld Papier? Hä? Du mal zuippst, bitte, nicht? Ich hab's Angst. Rapp-rapp. Rapp-rapp-rapp-rapp-rapp-rapp. Rapp-rapp-rapp-rapp. Kräfte messen? Kräfte messen? Ja. Du Sonnenscheinchen, du. Du Sonnenscheinchen. Willst du nicht mal ein bisschen das Zimmer abhorchen? Das war Onkel Lucky, der vorbeigeflogen ist. Jetzt ist Lucky von normalem Volker, siehste? Das ist Bertram, der sieht ja sehr wenig, nicht? Na, wir gucken eben gerade. Hier ist Bertram. Bertram ist weg. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich finde, du gehst mal ein bisschen zum Zimmer klicken. Ja. Ich finde, du gehst mal ein bisschen. Ich finde, du gehst mal ein bisschen. Du gehst mal ein bisschen. In Ordnung. Dieses, Dummy! Dieses, Peter! Mein Problem? Ich bin jetzt bei uns. Ich bin zwar nicht so mit dem Motto. Nein? Möp, 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 möp!